Okay, Commander, da vorne in 500 Metern ist das Abwurf gewinnt, dann lasse ich sie aus. Okay, mein Titan ist ready, bei T-5 bitte. Alles klar. Fünf, vier, drei, fuck, Commander, was los? Warum rufst du mich aus dem Scheiß-Klugzeug raus? Wo ist mein Titan? Schick den Titan! Schick den Titan!